so lautstärke zeigt lautstärke wollen auch weitergehen das leider schon vorbei ob sich wirklich fit lohnt also für mich hat sich das nicht so gelohnt also wenn du wirklich sport machen willst glaube ich ist es nicht wenn du so ein bisschen einfach nur mehr bewegung haben willst weil du die ganze zeit nur auf der couch sitzt und einfach so ein bisschen wenigstens sich bewegen möchtest dann okay ja aber mir geht der penner mit dem noch drei nur noch kurz durchhalten er geht mir voll auf die eier dass man da sport machen muss richtig schlimm ne definitiv nicht klar mir definitiv nicht es ist halt einfach nur es fühlt sich nicht so lang an weil du halt spaß dabei haben kannst so ein bisschen gute nacht run away fan so much wie ein bisschen bewegen wie gehe ich zum kühlschrank richtige einstellung tief eingedrückt ach stimmt wir haben einen typen da gehabt genau lifeguard erwartet man meine kamera dies bisschen so wenn wir so ganz man so müsste ich okay sein ich finde es einfach so kauft lifeguard wie passt denn bitte in die panzergranaten hülsenflasche weri das finde es rauskauft ihr lifeguard also lifeguard ist übrigens wirklich ein placement haben wir letztes mal rausgefunden ich war ich ich glaube einfach nur ein placement so ich kann es davor nicht If we go straight east from here, we'll hit Nagoya. Hooray! Hooray! Chicken wings, misokatsu, flat noodles, tempura rice balls, and eel balls! E-Boys? Jeez, Mo-chan! Alright, let's get moving! Next stop, Nagoya! Go-getters-Club! So, which way is east? I'll lead the way. This game console has a compass function. Got it! Lead the way, Pochi! No problem. Hey! Why did we come to this temple that looks like you'd find it out in the Boonies? Thank you, Simon! Also, Schokobons nehme ich gern. This is Kiyomizu Temple. This place is a national treasure and world heritage site. So it's very well known. Since it was on our way, I felt like stopping by. You felt like it. Oh Gott, kommt jetzt... So what did you guys think about what Neon was saying? Kommt jetzt wieder Lagerfeuer? Ich hab gar keinen Bock. Ich schlaf ein. What do you mean? He said, Humanity no longer feels anger or sorrow. There's no hatred, jealousy, or fear, so it's a paradise. Oh, come on! That's just crazy! Yeah! The people living underground didn't seem too happy either. Negative and positive emotions go hand in hand. If you lose anger and sorrow, you lose happiness and joy too. Wo Schatten ist, ist auch Licht. That's what hell really is. Warum bekommt man kein Schokobohr in Süßwarenläden statt der Kassenzettel? Weiß ich auch nicht. If I can't eat good foods and be happy, I'd rather die! Ja, wir machen wieder eine kurze Talkrunde. Yeah, the word for paradise in Japanese starts with a Chinese character for fun. So if it's not fun, it can't be paradise. Nah, you're wrong. A world without sadness is perfect. Nein, nur weil du deine Schwester verloren hast. Aniki? Oh. I agree. Wir kommen zurück an niemand. Wir reden nur darüber, dass wir glücklich sein, nur, äh, glücklich nur sein können, wenn wir auch traurig sein können. Irgendwas. What? Not you too, Genu! Okay, Aniki und Genu können gehen. Tschüss. You guys all know, right? I lost someone precious to me. My older sister. My older sister. Ja, aber wenn du die Traurigkeit jetzt nicht hättest, wärst du nicht so glücklich mit dir gewesen davor. Ist doch gar kein Birdshahn. Doch. She was everything to me. She taught me all about the joy and beauty of life. Ja und dann hättest du das nicht, wenn du jetzt nicht traurig wärst. I always looked up to her. And wanted to be just like her. Hä, wieso kann ich jetzt erst drücken? The reason I love Hoseki-Zuka Theater is because of her. Die hat aber schon Haare. One day she told me, I'll show you the most beautiful thing in the world. Dankeschön, heilige Würmerkatze. Dankeschön. Wissenflasche eigentlich. Keine Ahnung. Sorry. She sat me down in front of the TV. And she showed me the Hoseki-Zuka Theater. Sie sitzt mit dem Rücken zum Fernseher. My sister was just glowing. And in that moment, I felt my own heart catch fire. And it wasn't just because of the Hoseki-Zuka Video. It was seeing the heaven written all over my sister's face as she watched. This sister I looked up to so much. What was it she was seeing? I wanted to know the answer to that. I thought if I learned that, I could be more like my sister. That's how I got sucked into the world of Hoseki-Zuka. My passion for Hoseki-Zuka is directly related to my feelings for my sister. But my sister's not with us anymore. Those earthquakes that have been happening. It was one of those that killed my sister. And it happened right here in Kyoto. And it happened right here in Kyoto. At the time my sister was engaged to a guy living in Kyoto. Where is he? Where is he? One day. He told her he wanted her to come and visit. He said. They'd look for a house together. For after. And that's why she went to Kyoto. Where the earthquake killed her. Wait. The man she was engaged to. Was it? Exactly. The guy you met earlier. Neon. I've met him a bunch of times. I used to tag along with sis when they went on dates. He took us lots of places. I didn't miss. I didn't miss. I looked up to him too. He was the man my sister loved. So naturally I liked him. But that's not how I feel now. If he hadn't asked my sister to come to Kyoto. She'd still be alive. You could even say. He killed her. That's why I hate him now. With all my heart. But a grudge is a heavy thing to carry. I really tried to let it go. Over and over. Let it go. But I just couldn't do it. I can't cleanse my heart of the loathing I feel. Was kann er denn für'n erdbeben? Are you really being honest? Huh? Aren't you just running away from your grief, Genu? Endlich sagt's mal einer. The grief that's eating away at you. Crushing your heart. This grudge against him. It lets you turn away from that grief. No! You're wrong! Then why did you protect him? Yuki told me all about it. You saved his life underground, right? If you really hated him so much, you wouldn't have done that. The grief of losing someone is kind of like a knock. Knock, knock. A knock? Yeah. A sign from the deceased. What? That griefs? What? It's their way of saying, I'm here. Listen to me. The door is the tenderest place in your heart. It's fragile and easily damaged. So, if someone knocks there, it's really painful. But you can't ignore that knock. You can't pretend not to notice it. Das stimmt nicht, Leute, Terry. Das stimmt nicht. Du hast zu viel verpasst dafür. I mean, think how bad they must feel. The one knocking on that door. They don't want to be forgotten. Also, da war noch einiges im Her. Das Problem ist halt gerade, die wichtigeren Charaktere hatten schon ihre Zeit. Das ist jetzt. Ähm. Jetzt kommen die Unwichtigen, die kurz angeschnitten werden. Hallo, Ultrawidee. Mehr Tiefe. Go ahead and cry if you feel like it. Just let it all out. Tears are proof that your sister was alive. And that she's still alive. Tja, war für fünf durchlocker, war diesmal schneller. Klar, jetzt heulen wir hier einfach. Können wir vielleicht alle mal heulen, dann sind wir alle wieder glücklich. Ich liebe meine Schwester. Ich liebte sie so viel. Mein Sch. So, mein Sch. So, mein Sch. person über diese andere person schlecht so ähnlich ist es also okay dann holz hey is this really the right way jetzt bin ich glücklich auf geht's am show we're going straight east like the compass what are you doing here i wanted to say sorry der einfach daneben stand und weitergezockt hat und sie erstmal überhaupt zum heulen gebracht hat und trotzdem talkt yeah i'm really sorry it's fine after all you were the one that found the antibiotics i'm super grateful what's your problem kanzai still not convinced he lost his emotions because of mike it wasn't his fault quitscht auch immer bei mir so wenn ich irgendwie am kopf kratzer guik guik oh preine oh preine ich hasse dich so sehr die redet so langsam does it have something to do with mike yeah mike used the monitor drones to drop those things everywhere it's to lure people still living above ground to come to kyoto's underground why is it trying to lure them underground i'm not sure either but i think it's got something to do with sunlight when you get exposed to sunlight your emotions come back that's why mike is trapping humans underground was ich bin super grateful was so the thing about the poisonous air is of course it's a lie mike has been spreading lies to keep people underground i think that's why i still had some emotions left der beste ist immer noch der mit den orangen haaren und der gelb cap weil das sind nämlich wir wir reden einfach kein wort aber regen uns immer auf was du meinst es ist ein bestimmtes place ich habe von Zeit auf Zeit zu besuchen also ich war plötzlich mehr als die anderen aber es ist verbunden für uns Untergrunders warum bist du dann draußen so i would have been in big trouble if i'd been caught that's why i ran when you first saw me i didn't realize you guys were the ones following me at the time but what did you keep going above ground for i told you didn't i to get to a certain place a certain place well it's where where my love lies sleeping und nicht schon wieder ja ich wollte an einen bestimmten ort gehen da wo meine liebe schläft und dann einfach so nicht mal wie so einfach so voll einfach einfach so voll einfach man wird es eigentlich bei referaten war es ich habe mit den kinder kinder bleiben und er hat emotionen ja ja eben finde ich auch gut kommt jetzt dennoch wieder after all it's my fault she died because i asked her to come to kyoto it used to be when i thought of her it felt like my heart was being ripped out of my chest it hurt so much i could barely even breathe but then mike took the pain away that's why you called it a paradise huh yeah huh wait don't you find that odd find what odd you used to go above ground to visit her grave and because you were exposed to sunlight you kept some of your emotions right yeah that means when you first visited the grave you should have had no emotions it makes sense right you wouldn't have been exposed to sunlight yet so then why did you want to visit her grave i i heard a voice a voice i think it's in another world vanilla that thing spoke directly into my brain vanilla vanilla was mit e oder mit a wait a minute an other world another world another world how was mit weich nicht nur körperlich sondern auch im hirn ich liebe diese 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 gruppenreaktion ich liebe es können wir so ein intro lied fähig machen es fehlt wieder ne i listened to that voice and went to the grave but maybe that was mike's voice nope that can't be mike and the otherworlder are enemies the otherworlder is trying to defeat mike how do you know it's what the otherworlder told me but it also told me they can't beat mike on their own it lives in another world so it can't come here itself there's just one thing it can do and that's communicate with x types war das nicht bei arceus auch so also bei pokémon war das nicht auch x-types x-types people of this world with powers that let the otherworlders communicate with them so you're one of the x-types then no i'm not an x-type i'm just like a receiver i'm just like a receiver i can't even say that he's just like a receiver i can't even say that his wife is a one way ability not the same as the x-types who can send and receive zumindest nicht in der version also ich weiß nicht ob der namen obwohl ich glaub der namen sind immer gleich wie heißt vanilla vanille and i heard the x-types are immortal immortal yeah no matter what they do x-types don't die vanille ist ein x-type that's why the otherworlder wants to use their powers to defeat mike der vater ist vater also der blödste nonsense den man je hört kommt von ihm naja und von dem ganz da vorne neben ihr so where are these x-types i don't know you don't know but there is one clue here x-types have an x on their forehead können wir bitte alle ihren pony nach oben machen that's what the otherworlder told me back then my emotions were still hazy but i told myself i can't forget this and i wrote it down hey bei senki zero hatten die hatten die bauchnabel aus nem x so i'll give it to you here you guys are gonna continue your journey right meine witz polis qualität über qualität ist okay ist kein nonsense das ist humor wir halten nie ans papier fetzen ich habe schon immer papier fetzen gesammelt was wollen wir dagegen nicht nur die elektro ranger dschuldigung ich weiß ihr mögt die elektro ranger ja 20 викur in echt Zeig Figuren. Nee, vor allem der Pinke. It's coming a bromance. Es tut mir leid, ich hasse kann sein. Das ist schlimm, oder? Okay, dann. Ich freue mich. Ich möchte nur eine letzte Sache wissen. Wie fühlt sich dein Kopf jetzt? Es tut mir leid. Es fühlt sich trotzdem wie ein heißer Knife, tief in mein Herz. Aber ich werde diese Pinke hier nahe zu mir halten. Und gehe mit es. Für jetzt und für immer. Hallo, Motivo. Auf nach Beuter. Das ist der Rückweg. Danke. Hören Sie zu sagen, das macht mich irgendwie besser. Es macht mich glücklich, wenn ich weiß, dass du leidest. Okay, ihr Leute. Sei gut. Was, be good? Bin immer gut. Ja, Quo, weißt du? Zurück nach Eute, da waren wir doch glücklich. Früher. Damals. Und die Ampeln, die es da gab. Oh nein. Lagerfeuer. Yay, Lagerfeuer. Ich hasse das Lagerfeuer. Wie? Wie? Das ist das, was Neon gesagt. Wie? Ich wusste nicht, dass jemand von dem, da existiert in Japan. Wie? Wie? Denkst du, dass diese Person weiß, wie zu stoppen, Mike? Die Erdwürfe, die in den letzten letzten Jahren passiert sind, Genu lost someone special because of it, without any warning. Because of an earthquake weapon? Some say it was an experiment. Hmm. Danke, Poti. Ohren zu, Leute. Oh, that big X in the sky. What was it called? Parthenon? Mehr Buried Stars einfallen. Entschuldigung, ich weiß nur Bullshit, aber bei BS lese ich nur noch Buried Stars. Ich bin noch nicht drüber hinweg, glaube ich. You mean Panopticon? Ja, ja, das. Was ist das? Es war nicht ein Hallucination. Es ist tatsächlich, richtig? Ja. Ja. Supposedly, it's invisible because Mike camouflaged it. So that... Panacotta thing? The Panopticon. Ugh. It's so hard to say. Man, couldn't it have had a better name? Panopticon means... Omnipotent Monitoring System. Macht's wieder einfacher. Normalerweise, it refers to a design of a jail. It's got surveillance towers with guards surrounding the cells to watch them. Da, du's wirklich... Der kann doch nicht jetzt wirklich noch streamen. Bekloppt. Bekloppt, echt. Äh... I don't really get it. But what does that have to do with the X? Ja, vor allem macht nicht ihr gezappeln nur kreativ, äh, kreativ, genau, aggressiv. Sondern... Ich... Verstehe... Ne, das nicht. Ganz. Die ist so lahm. Ich denke, es ist, weil es so ähnlich ist, wie die X funktioniert. Es ist auch ein System, das Mike macht, um die ganze Welt zu halten. Ah, ich sehe. Das ist, warum der Ponycopter... Panopticon. Können wir sie aussetzen? Ich glaube, diese ganze Welt ist ein Jail, die von Mike beachtet, oder? Sie hat ja was für eine Dori. Nein, nicht noch einen Dialog. Ja. 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 Nein, nicht noch einen Dialog. Ich habe sie nicht in einem Moment gesehen. Können wir sie nicht skippen? Nein, das ist ein Ausrufezeichen. Ich frage, wo sie ist. Auf der Weg nach unten. Ja, fände ich okay, Loli Cherry, ganz ehrlich. Und schau nicht. Ja, das ist so, wie sie sich in einem Bonfire sieht. Ich kann mir nicht helfen, aber ich erinnern, Vanilla. Wie peinlich. Es macht Sinn, dass sie hinter dem ersten Spiel gesteckt hat, weil ihre Missionen erwarten, Marshmallow zu essen und sie ja Marshmallows liebt scheinbar. Entschuldigen Sie, dann werden meine Einschlafprobleme gelöst, weil du freiwillig schlafen würdest, damit du es ausschalten kannst. Und ich verstehe immer noch nicht, warum sie Fate Game mit Survival Game übersetzen, weil Survival genauso Englisch ist. Ja, oder einfach Fate Game. Nanomachines, huh? Rachel, do you know about Nanomachines? Ja, natürlich. They're incredibly tiny machines. Do you know how small they are? Nanogroß? They're minus 1 by 10 to the 9th meter small. Smaller than a cell. The size of an Atom. Ich hab noch einen Nachricht vor mir. Viel Erfolg, Clemmy lass dich nicht ärgern. Und einen angenehmen Arbeitsnachsabend. That's small, and you can't see them, or tell if they enter your body. In other words, they're like a virus. The people invaded by Mike's nanomachines. They lose their emotions as if a virus is eating away at them, and the undergrounders are the result of that. That's horrific. Hallo, Caruso. Neon said the undergrounders will get their emotions back if they get exposed to sunlight. I wonder what that's all about. Maybe the sun's ray kills the nanomachines in the brain. Maybe Mike's nanomachines are vulnerable to UV light. Kind of like vampires. Or, by feeling the sun, maybe the immune system gets activated. And the nanomachines get purged from the body. Hmm. Ey, das ist echt nicht leicht, nebenbei noch auf diesen blöden Knopf zu drücken, ne? In either case, it seems like neither Mike or its nanomachines are invincible. You wouldn't know how to put them all over there. You remember I voted to go to Osaka, right? Yurumana's a Ken? It wasn't because I wanted to go to Osaka. It was because I didn't want to go to Kyoto. Like I told you before, I lost my sister here. Usually, I don't think about her when I'm with you guys. But when I see Kyoto, I remember. And it's so painful. Also, sind wir mehr wert als seine Schwester? Zu wenig geschrien. Ihr macht's ab, Rocky, ne? But now I'm glad I came. Noseboren könnte man bestimmt besser erkennen. Boah, wird schwer. Meine Emos haben keine Nase, weißt du? Ich war letztendlich für sie zu grieven, ich war letztendlich für ihre Todesandreise. Und ich lasse es gehen. Man, warum müssen ihr alle zweimal reden? Wie war Neon able, seine Emotionen zu regieren? Ihr interessiert mich nicht, Leute. Ich habe mich über die Geschichte gedacht, wie es passiert. Ich will die Geschichte wissen, nicht mit euch reden. Ich mag euch nicht. War es, weil er zu Sonne ausgelöst wurde? Richtig war verstummt durch. Nein, das ist nicht es. Neons Emotionen zurückgekommen. Also, denkst du, das könnte es sein? Als ich erstens Neon sah, hat er mich nicht erinnern. He war mir. Er war mir, dass, bei mir mit mir, seine Gefahr würde überwürfen ihn. Of course, fear ist eine Form von Emotion. So, Neon hat einen Emotionen left. Und er hat eine Gefahr überwürden, ein Schmack zu erinnern. To avoid die Gefahr. Naja, outgebürstet sind die jetzt nicht gerade. Was macht sie da? Hä, was versucht sie da? Hä? Den bösen Blick wahrgenommen. Nö, Lolli-Terry, ich hab eigentlich gar nicht. Also, eigentlich echt gar nicht. Will sie vielleicht einen Vogel fangen, der nicht existiert? Oh ne, oh ne. Ist mir schnurzegal. Willst du mir nicht wieder, lieber erzählen, dass du eine Folge Elektroranger verpasst hast? Das ist eine Fliege oder so. Die bürstet eine Emotion wieder einfangen. Ah, okay, das kann sein. Hä? Du denkst, ich werde die nächste? Oh, es gibt sie, wenn ein Vögel... Stimmt. Schimmt. Nö, keine Chance. Ich bin sicher, dass ich keine speziellen Power habe. Oh, da bin ich mir auch sicher, dass du keine hast. Aber wenn ich ein Power habe... Oh, nur einmal mit ihm, oh Gott sei Dank. So Vanillas Ghost wanted to go to Osaka, right? Ja, und? Oh, I'm not saying I believe it yet, okay? But, but if she did exist, I'm not afraid of ghosts. Anyway. Nur Boxershot. Ja, es sieht wirklich aus wie Boxershot, stimmt. Ich wundere, was Vanilla needed to do in Osaka. Oh, I know. Ich bete, sie wollte all die Food eat. Sie wollte etwas, bevor sie sterben. Wenn es mir wäre, würde ich ein Ghost just to eat some. Hat er gerade gesagt, er ist eifersüchtig, weil er nicht tot ist? All we got to eat here was boil in the bag curry. If we'd gone to Osaka, we could have had Takoyaki and Okonomiyaki. Von wem denn, wer hätt's denn machen sollen? Meine Hirnzellen sterben ab, glaube ich. Die Monitor-Drones Nihon mentioned. Ja. Er sagte, wir können sie nicht sehen, aber sie fliegen überall. Das bedeutet, dass einige hier draußen sind, die uns beherrschte. Ich mag es nicht. Es macht mich nervös, dass sie so beherrschte. Und was sie sollen für uns machen? Es ist vielleicht eine Art Super-A.I., Aber all it's doing is watching, protecting people? What a lie. Big Mike is watching, ja. If that were true, how come it didn't protect her? Nini! Let me ask you again. Are you sure you saw Vanillas Ghost? Ja. Ich hab... Chad ist Zeuge. I mean, a ghost? It must be a joke. Yeah. Well, I still can't believe it. If you think logically, Ghost just can't exist. Chad würde doch über sowas keine Witze machen. Hallo, Mischmarsch. Dir auch einen wunderschönen guten Abend. Yeah. If everyone became a ghost after they died, the whole place would be swimming with ghosts. Mischmarsch, was ist nochmal ein GPS? It's just hard to believe in ghosts at this age. And even if they did perhaps exist, we can't touch them or see them. So there's no reason to think, that they exist. But with that logic, you can't prove they don't exist either. Can't prove a negative, huh? Okay. Let's put it this way. It's extremely unlikely they exist. But Rachel, you guys saw Vanellas Ghost, right? Hey, you believe in Tatsun? Hmm. Well, to be honest, I half believe it, half don't. Können wir doch ein Obdachloser gewesen sein, meinst du Bamsma-Later? Even in Electro-Rangers, they left it kind of ambiguous as to whether ghosts exist. I bet you anything, they were just hallucinating. Können wir Electro-Rangers auf die Blacklist packen? Because they miss Vanilla so much. So are you saying, you don't miss her then, Chuko? Mmh. Of course I do. If I could see her again, I'd love to. Well, I feel that way too, but... Of course. Jetzt lass sie mal ausreden. Vanilla was our friend after all. Ja, jetzt sag, lass sie doch mal selbst sagen, warum sie Vanilla nicht vermisst. But that's different, from whether we believe in ghosts or not. Ich stelle nicht so dumm fragen. Ah, okay. I can't lie to myself and say that I believe. Well, I haven't seen her, so I can't just believe it that easy either. Wenigstens hat sie einen schönen Abschluss mit Yuki. Okay, komm, kann sein. Mike, what that emotions for world peace, right? But I don't know. I don't know. If you don't have emotions, is that really peace? Das Re-PS. Pfft, ouch. Huh, you're so stupid. Danke. Endlich sagt's mal jemand. A Dweeb like you should know at least. What did you say to me? Ja, neue Farbe. Neue Farbe. There, you see? That's you all over, Kansai. You're all about emotions and gut instincts. It's why you're always screwing stuff up. Jealous of Rachel. Annoyed at Mochan. Mad at me. Snapping at Chuko. Großdrachen-Positionssystem. Finde ich gut. You can't control your emotions. So you're always making trouble. Dankeschön, Mischmasch. Right? Emotionen do cause conflict. And that's why Mike stole them. Well, you've got a point. Aniki. You're right. My personality is always getting me into fights. Endlich versteht er, dass er das Problem ist. But since we came to Kyoto, I finally understand. Without emotions. Mankind might as well be dead. Nicht nur ihm, das stimmt. Without jealousy, you can't grow. And without sadness, you can't be nice. Without anger, you can't even point out other people's mistakes. Was? Du musst nicht wütend sein und anderen sagen, was sie falsch machen. Du kannst das auch unwütend machen. Aniki. You got mad before. So you straightened me out, right? Ist wirklich Twitter. I appreciate it. Seriously, thanks. Jetzt wissen wir, wie sich Twitter gegründet hat. But Aniki, you gotta fix your own bad attitude or people are going to hate you. Nein, kann sei. Die Leute hassen dich, nicht Aniki. I'm not gonna lie. You really take me off. Huh. I guess I shouldn't have said anything. Ja, es ist ganz ehrlich, verlorene Spucke. Och, nicht nochmal. X-Type. Huh. Vor allem, es passt sogar, weil es war ja irgendwie 1995 oder 1996 in dem Spiel. Also, ist es vor Twitter? Kann sein Baseballschläger ausleihen. Auf jeden Fall Waffelsturm durch. Bedien dich. Ich finde, sein Kopf ist auch schön rund, oder? I was thinking about what Neon said. Neon said. X-Types have an X on their forehead. I still don't get this whole Mike thing or this X-Type thing. Also, es wird wirklich Zeit, dass wir die Gruppe mal ein bisschen ausmisten. And I only half believe Neon. After all, that was a lot to suddenly dump on us. But the phrase these X-Types have an X on their forehead is kind of bugging me. It sounds cool. Kind of like a hero in a comic book. Hey, Rachel, do you see an X on my forehead? Um... Hey, bleib die deswegen süß. Die ist nicht süß. Bitte, so läuft. No. Aber wir können's reinmachen. Ich kann dir gern ein X in deinen Schädel reinmeißeln. Oder reinschneiden. Hallo, bitte Wasserwaffe schummeln. Mr. Rachel, ich hab dir gesagt, ich war ein Fan des Hose Kizuka Theater, richtig? Ja. Miss Janu und ich bondet über es earlier. Was bondet? Ja. Ich wusste nie, du warst ein Fuki-Yamami-Fan, Yuki. Ich meine, Yamami ist die Top-Schauspielerin für die Männerrollen. Was? Sie ist die Top-Schauspielerin für die Männerrollen, okay. Ja. Ich dachte, du wärst nicht ein Risa-Hama-Funa-Fan entweder. Hilfen da nur Frauen mitmachen? Hama-Funa ist die Top-Schauspielerin für die Männerrollen. Hä? Natürlich. Es gibt ein paar Akteure für die Männerrollen, die ich auch liebe. Aber Hama-Funa ist so elegant und schön. Sie ist so charmant. Also ich weiß nicht, wie gut dieses Theater sein kann, wenn es Frauenrollen und Männerrollen gibt. Fertig. Ihr Sein ist so wunderbar und macht mein Herz tremble. Exakt. Du bist großartig, Yuki. Du hast es wirklich gettet. Wenn die Euter tief genug ein Euter sind. So wisst ihr, da ist nicht irgendwie, keine Ahnung, der Psychopath, der nette Mensch. Nee, da ist so Mann und Frau. Das ist das Einzige, was wir unterscheiden. Sowas wie deine Mutter wahrscheinlich. Hi. Was ist deine Rolle? Frau, ja. Ihr habt mich noch nicht so ganz überzeugt, im Gegenteil. Aber ich glaube auch nicht, dass wir das verstehen würden. Das ist nicht wahr. Was mit traditionellen Japanisch nicht so, dass Frauenrollen von... Ja, eher. Eher. Frauen doßen sowas ja nicht. Frauen haben ja nur Kinder zu gebären, nicht wahr? Und Essen auf den Tisch zu bringen. Das klingt voll fies. Was denn? Jan weckt mich, ne? Jan weckt mich, ne? Ach, schon vorbei? Oh, schade. Ich dachte, wir könnten noch ein bisschen lernen. Ha. Fast. Fast. Zeig. Ähm. Ihr habt einen Moment? Dominik. Reiß dich am Riemen. Wenn du nochmal sowas schreibst und sie dann auftaucht, dann bin ich richtig wütend. Runde. Das Crusader ging es rein. Spannter ist es. Ja, ne? Danke, danke. Wer schläft, wird angemalt. Ich bin Pommelhoff. Was denn? YouTube-Hi? Du hast was vergessen und musst alleine wieder zurückgehen? Das ist die Art, siehst du hier. Weg, Dominik. Oh. 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 Man, ich... People started to gradually lose their emotions from the summer of 1992. Ja. Na Gott sei Dank. Back then, I thought maybe that just means they're all growing up or something. But it wasn't that. People were starting to lose their emotions. And it wasn't just kids that it was happening to. The teachers, parents, and other adults, too. The only ones that were left with their emotions were us. We laughed a lot. And we also cried because of how cold everyone else had become. Yeah, I remember Cunts like going up on everyone with How come you're not laughing? Swinging his bat around like a crazy person. Huh. What a nut. Oh, Spann. Wird schwer. You're one to talk. Okay, then anime kenn ich tatsächlich nicht. Damals. And that's how the Go-Getters-Club came to be. That's how we met each other. But how come we forgotten that up to now? Die haben schon immer miteinander geheult. Deswegen war es so okay, dass Geno einfach angefangen hat zu heulen. Deswegen hat es keinen gewundert. Die haben sich so kennengelernt, indem sie einfach sich auf dem Flur begrüßen mit Ich glaube, das ist einfach deren Ding. Unsere Memorien wurden stolen, als wir in den Pods des Amusementparken waren. Wir hatten uns alle in einem Klassenzimmer versammelt. Lass uns mal nachsitzen. Also sagst du, es war der Mastermind, der uns das Fake-Game gemacht hat? Hm, nicht wirklich. In fact, ich bin sicher, dass das falsch ist. Wie kannst du so sicher sein? Weil, du siehst, der Mastermind, der uns das Fake-Game gemacht hat, war... Vanille. Vanille! Sag ich doch, die Vanille. Die alte Vanille. Was? Was? Wie bitte? Oh, Alter, Jufine. Hä? Alter, wie lang wird denn der Strang, bitte? Hä? Das war noch nie so lang. Wir waren noch nie so lang vom Mittelstrang getrennt. Erstmal Story, geil. Ist kein Gameplay. Bin ich dabei. Hey, Pi! Ich weiß, ich bin ein Schmerz. Aber sag mir noch mal. Chat, seht ihr, was ich sehe? Warum? Warum? Oh, ja, da sind Rehe. Oh, ja, da sind Rehe. Ganz ehrlich, ich hab's mir verdient, oder? Ganz ehrlich, ich hab's mir verdient, oder? Jetzt fangen die Rehwitz wieder an. Warum? Warum würde Vanille machen wir uns spielen ein Fate-Game? Ich habe gesagt, so viele times already. Ich weiß nicht die Details. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Pi war die erste ganz ehrlich also da kenne ich schon mehr also den kenne ich auch also bei rewitzen dass das der chat schon zu oft da gewesen ich kenne sie alle du musst wissen die die spezialität die spezialität des chats sind rewitze finde ich gar nicht ich finde noch am humansten irgendwie weil es irgendwie süß ist mit dem kartoffel pült das hat da hat schon knacken in der stimme weil sie so oh gott ok i know is a game of feet but no one's gonna actually hurt each other so in a way this is like a prank but someone could get really hurt you know what i'm saying ich finde schön könnte möglicherweise sterben gut get really hurt hallo bademöre mosat uhlen sind auch liebe so pie you were the safety mechanism in case something unexpected happened yeah you know how vanilla is a ghost was was vanilla ist ein geist so i guess she needed someone with a physical body to help her was vanilla ist ein geist ich meine vanilla hat übrigens ihren bruder da der vielleicht die mit der kurzen leitung was vanilla ist ein dankeschön endlich sagt es mir mal jemand und nope nothing i wonder why vanilla didn't tell us the truth i also wonder how vanilla know about the brainwashing and how to lift it wissen sie wie frau we're going to have to ask vanilla in person doch doch das also das müssen wir uns erzählen müssen wir doch wissen hey can i ask you something what the heck are we doing at the great buddha in nara we were heading east from kyoto right how did we end up in nara did we make a mistake and come south but how would you mistake east and south pochi was the one navigating pochi said his console has a built-in compass maybe the earth's geomagnetism is messed up ja bestimmt ja genau 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 haaaah es ist mir bei bird stars gemacht i swear believe me ja ja hmm well plenty of weird things have happened so it wouldn't exactly surprise me the earthquakes don't seem like they'll calm down either so maybe the whole earth itself is screwed up i hope it's screwed up so what should we do now wir sollten uns erstmal wieder revitalisieren mit einem lifeguard es wäre ein perfekter werbeeinsatz gewesen gerade we're going to tokyo we have to pass through nagoya if we go from here would it be east north east yeah let's head that way for now even without a compass if we know where the sun is in the general time we can infer the direction können wir überhaupt schon an die rehe verfüttern rehe sind glaube ich keine fleischfresser oder haben rehe eigentlich auch regeil weiß ich nicht then let's just go playing around with the deer here won't get us anywhere with the deer here hirschen hirsche das sind das sind keine hirsche wo haben die denn hirsche äh äh geweihe die hirsche hä ja für sure okay wir sind rehe da sieht man sogar die spiegel und so da also spiegel der popo der bobsch zeig die hirsche du wei die sind endlich wieder in der mitte angekommen oh gott das heißt es muss mir egal dann 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 Bis zum nächsten Mal.